Durch all meine Schlachten im Grenzland habe ich eines gelernt. Der Pilot ist das Alphatier. Schnell und agil. Elegant und doch tödlich. Scharfsinnig. Listig. Und unaufhaltsam. Ein Pilot sieht die Welt mit anderen Augen. Bloße Wände werden zu alternativen Wegen. Piloten kämpfen anders. Durch ihre Erfahrung mit Täuschungsmanövern gelingt es ihnen, allen Widrigkeiten zu trotzen. Was einen Piloten aber tatsächlich von allen anderen Soldaten und Maschinen auf dem Schlachtfeld abhebt, ist die Verbindung mit seinem Titan. Zusammen mit seinem Titan kann er nur von einer Übermacht bezwungen werden oder von seinesgleichen. Das Grenzland war seit jeher meine Heimat. Seit Jahren wird es schon von der IMC zerstört. Sie beuten Ressourcen aus. Verschmutzen und zerstören unseren Planeten und schlagen jeden Widerstand gewaltsam nieder. Trotz der jüngsten Erfolge auf Demeter sind wir noch weit davon entfernt, die IMC endgültig zu besiegen. Noch bin ich ein Schütze der Miliz, die für die Befreiung des Grenzlandes kämpft. Und weit davon entfernt ein Pilot zu wehren. Wenn dieser Tag kommt, hoffe ich mich als würdig zu erweisen. Ja und damit, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Display auf diesem Kanal. Wir spielen heute Titanfall. Endlich, ich habe mich schon so darauf gefreut. Wahrscheinlich wird hier ziemlich viel geredet, deswegen sage ich am besten gar nichts. Und wir sprechen uns am Ende des Displays wieder und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und bis gleich. Es geht los, Pilot Cooper. Ach, scheiße. Das Schiff hat die Simulationskapsel zurückgesetzt. Wir müssen sie neu kalibrieren. Rettungskapseln läuft. Alle Mark 8 Rettungskapseln einsatzbereit. Fühlt sich das richtig an, Cooper? Okay, wir können loslegen. Mal sehen, wie viel sie vom letzten Mal noch wissen. Aktiviere Neuralverbindung. Nicht dasselbe wie eine Titanverbindung, aber ähnlich. Um neue Fähigkeiten zu lernen, müssen wir geistig fit sein. Ah, viel besser. Eigentlich bin ich gar nicht für ihre Ausbildung verantwortlich, aber sie haben Potenzial. Außerdem sind wir im Krieg. Wer hat da schon Zeit für Hierarchien, hm? Sehr gut. Einfach drüber springen. Legen wir den Zahn zu. Aktiviere Jump-Kit-Unterstützung. Jump-Kits basieren auf dem Prinzip der entspannten Stabilität. Nach der Kalibrierung des Jump-Kits geht ihnen die erweiterte Mobilität in Fleisch- und Blut über. Wunderschön, oder? Die Inspiration dafür war mein Heimatplanet Harmony. Hier bin ich aufgewachsen. Dafür kämpfen wir, Cooper. Gut, so geht's. Hier drunter, ducken Sie sich. Jetzt ein Doppelsprung. Folgen Sie dem Geist. Seit der Schlacht von Demeter haben wir mehr als ein Viertel des Grenzlandes zurückerobert. Die Miliz ist jetzt viel besser organisiert. Täglich schließen sich mehr Menschen dem Kampf gegen die IMC an. Menschen wie Sie. Früher waren wir die Gejagten. Heute sind wir die Jäger. Im Kampf läuft es nie so ab wie erwartet. Sie müssen bereit sein, jede Waffe einzusetzen, die Sie finden. Das sind nur einige der Waffen, die mir da draußen untergekommen sind. Ab auf den Schießstand. Waffe laden. Schielen Sie über das Visier Ihrer Waffe umbrennen. Wir müssen alle ausschalten, bevor wir Waffe machen. Gut, üben Sie noch, wenn Sie wollen. Und kommen Sie zum Parcours. Okay, ich habe heute einen neuen Parcours für Sie. Sie haben zwei Minuten Zeit. Sie müssen besser werden. Folgen Sie dem Geist oder finden Sie einen eigenen Weg? Die Piloten müssen im Kampf einen perfekten Mittelweg aus Schnelligkeit und Treffsicherheit finden. Beim Parcours arbeiten wir an diesen Weg, bis sie mit Fleisch und Blut übergehen. Schnell futsch! ?' Schnellen! was wir denn noch nicht? Das Ganze seid ihr? Wir wissen, was wir jetzt auch einfacher. Da war noch準備. Das Ganze ist ein coloc, da gar nicht. Was ich sehen? Also, wir sollten wir über childcare, wenn Sie wissen, was wir dann noch hur nutrients sind. Wenn ich bin nicht meals�� potassium, Wir wissen separating die Gesichter? Nicht schlecht. Sehen Sie die Anzeige an der Wand? Das war eine neue Bestzeit. Alle haben so ihre Stärken und Schwächen. Also spielen Sie das Ganze ein paar Mal mit unterschiedlichen Waffen durch. Auf der Anzeige finden Sie Tipps, wie Sie sich verbessern können. Okay, ich denke, Sie sind bereit für eine echte Herausforderung. Ein Rennen gegen andere Pilotengeister. Ich muss Sie allerdings warnen. Diese Geister sind die besten Piloten der SRS. Wenn Sie sie besiegen können, sind Sie auf dem besten Weg, ein echter Pilot zu werden. Okay, bleiben Sie im Parcours, solange Sie wollen. Wenn Sie fertig sind, habe ich was Besonderes für Sie. Das war es auch schon mit der Einleitung. Jetzt kommen noch ein paar Szenen aus dem Online-Modus. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und bis gleich. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und bis gleich. für das Grenzland lohnt sich jeder Kampf. Das Pratkolk besetzen und halten. Titan bereit. Sie können jederzeit anfordern, Pilot. Bereit machen für Titan Fall. A erobern. So lösen wir Probleme. Paper stärkt, gute Arbeit. Doppelschlag. 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 Ja Leute, das war es auch schon mit diesem Video, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen oder einen netten Kommentar und bis zum nächsten Mal. Tschau! Tschau!